DELTA Delta, wir bräuchten ein Update. Wie sieht's mit der Platzierung aus? Wir sind fast da, Bert. Okay, wir müssen das Ding genau da aufstellen, wo Bert es haben will. Baird, Echo Sender ist in Position. Genau rechts, DELTA. Schwarm im Anmarsch. Ich dachte, alle Peilsender sind online. Wollt ihr mich die Kontrolle? Ja und nein. Die Sender synchronisieren noch. Verteidig das Gebiet. Let's talk! Springer! Mach du scheiße ne Menge, Springer! Das ist nicht mehr für uns zum Gerät! Bleibt los, unten! Kacke! Du, die Kontrolle! Herrscher auf dem Dach! Feuer! Delta, hier ist Sierra. Wie sieht's bei euch aus? Äh, Paas, wir sind hier gerade etwas beschäftigt. Wir tonnen die Leute zusammen, falls wir uns zur Mauer zurückziehen müssen. Lass uns die Dinger unbedingt von der Stadt verhalten! Verstanden! Aber sag Bescheid, wenn du mich brauchst! Verstanden! Du bist tot! Ach du, Vorsicht! Das sollte der letzte gewesen sein. Berg, wir sind hier fertig. Sind die Peilsender synchronisiert? Falls nicht, solltest du dich lieber beeilen. Oh, keine Sorge, ich sehe sie. Ah, guter Schuss! Oh, scheiße! Gator, was ist los? Der Sender! Der Sender! Der Sender! Du hast uns enttäuscht! Uns enttäuscht? Was bist du? Wir sind, was du hättest sein können! Du siehst vielleicht so aus, aber du bist nicht meine Mutter! Hell, jetzt! Wir sind vervollständigt, verbunden, unsterblich! Du hattest die Wahl und du hast sie vergoldet! Lebendig oder tot, du gehörst zu uns! Du hast deine Wahl getroffen! Du hast deine Wahl getroffen! Nein! 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 Ihr alle werden sterben! Nein! Nein! Oh, Nell! What the hell? Nein! 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 Kate! Kate! Ich konnte nicht! Es tut mir so leid, Kumpel. Es tut mir leid. So leid. J.D. J.D., ich weiß. Ich weiß, und es tut mir so leid. Er war auch mein Freund. Aber wir müssen jetzt los. J.D., mach uns bitte recht. Jetzt suchen wir einfach einen Weg raus. Das Gebäude, es stürzt gleich ein. Wir, wir haben hier ein Problem. Ich weiß, such weiter einen Ausgang. Mist, hier geht's nicht weiter. Hier, hilf mir beim Heben. Okay, ich glaub, wir kriegen das hin. Halt auf! Mist, Mist! Zentrale, Delta hier. Wir sind in Schwierigkeiten. Mayday, Mayday, Mayday! Hey! Nein! Ich bin... Deine Luft! Hilfe! Hilfe! Alles klar! Bin da! Bin ja da! Ah, keine Zeit zu reden! Hört zu, hier ist zu Marcus. Er hält vorne die Stellung. Ich muss ein paar Gears zurück zur Mauer bringen. Kate, du hast ihn gehört. Weiter! Da, da ist unser Ausweg. Okay, auf die andere Seite. Immerhin funktionieren ein paar Sender. Delta, ich feure Rauch ab. Ich brauche euch. Wir sind umzingelt. Verstanden, Dad. Ich komme. Schnell. Er ist in Gefahr. Jenny, noch ne verdammte Schau. Und ein paar Lauf! Weißt du was? Lass ihn kommen! Ich bin euch alle! Ihr habt mein Freund gekürtet, ihr Dixer! Schickt euch! Die sind fertig! Gut, wo ist der Rest von ihnen? Hör zu, Jedi. Du musst dich zusammenreißen. Es hilft nichts, wenn du dich einfach umlegen lässt. Mir geht's gut, Kate. Okay, alles gut. Markus, wir sehen den Rauch. Wir sind fast da. Verstanden. Beheilung! Scheiße! Noch ein Sender weg! Berg, der Sender ist offline! Mach Schluss, Kleiner. Rückzug zur Mauer. Scheiße. Verstanden? Verstanden. Dann roll dich zur Seite! Dann roll dich zur Seite! Und stell dich vor! Warum dauert er das so lange? Ja, für mich ist es. Hilf uns einfach, hier aufzuholen. Geh dran! Verstanden. Achtung! Bord ab! Lenk! Auf der Flanke! Der Flanke ist übrig! Achtung! Da rollt ein Klotz an! Mach eine Barschion! Gebt die Entwicklung! Achtung! Achtung! Bordn hierarchy! Mach einer! Mach eine! Bord nicht! Beheer! Detekt! Mähmült! Möbel! Fuhren ab! Nur noch einer! Kippa! Das war's. Wir sind durch. Danke für die Hilfe. Hey, wo ist Del? Hey. 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 Mal wieder. Wer rettet ihr wen? Mal wieder. Ah, Gottverdammt. Gears, ich frage euch über der Mauer. Unsere Freifänder sind offline und der Schwarm ist auf dem Weg. Verstanden, Berg. Sind auf dem Weg. Ihr habt den Mann gehört. Los jetzt! Wasch jemand den besten Weg zurück zur Mauer? Ja, hier ist er am besten. Los jetzt! Festhalten da hinten! Halten Sie uns vom Leib! Oh nein, nein! Schwarmak! Oh nein, nein! Schwarmak! Kontrast! Was ist, Papa? Sie kriegen uns! Sie kriegen uns! Pass! Pass schneller! Ich versuch's ja! Wir hängen im Schwammscheiß fest! Schau! Schau! Ja, ja, ich zieh ihn! Oh, großartig! Delta, wir stecken fest! Ich versuch, uns zu befreien! Los da, gib mir Deckung! Mist! Noch ein Pall, seit er verloren! Delta, das war die Witzgesinster! Wir haben den Hammer verloren! Da kommen sie! Fast drauf, Platz! Haltet sie auf! Das war die Witzgesinster! L Dragon, schauze sie! Je ne practisee! Wir sind nicht in der Schweiz. 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 Machen wir die Vorschläge! Wir sind nie in der Schweiz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ah! 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 Oh, my God! Ah! 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 Uh! Ah! Ah! Was ist das? 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 Was ist das?